Ganz im Südosten der wunderschönen Mittelmeerinsel Sardinien befindet sich ein Campingplatz namens Tilo Guerta, den verlinke ich euch in einem anderen Video. Und von diesem Campingplatz kann man, wie ihr hier im Hintergrund sehen könnt, den Monte Ferro, wortwörtlich den Eisenberg besteigen. Da führt ein kleiner Trampelpfad hoch, der eigentlich nur noch mit gutem Schuhwerk begehbar ist. Und in diesem Video, herzlich willkommen zu meinem YouTube-Kanal, möchte ich euch den Monte Ferro etwas näher vorstellen. Ja, vom Campingplatz Tilo Guerta geht es hinten raus auf die Hauptstraße, die ihr hier im Hintergrund sehen könnt. Und der Weg ist nicht beschwerlich, aber durchaus in der Mittagssitze etwas anstrengend. Man benötigt gute eineinhalb Stunden hoch, das geht über Stock und Stein. Und der Vorteil des Campingplatzes ist, man kann in der Früh wunderschön den Sonnenaufgang im Osten beobachten und mit der Drohne dann hochfliegen zum Monte Ferro. Der liegt so auf 875 Meter und von dort aus hat man dann natürlich, wenn die Sonne untergeht im Westen, einen wunderschönen Blick in die andere Richtung. Da ist es also kein Wunder, wenn zahlreiche Segelschiffe die Bucht nutzen, um über Nacht dort zu ankern. Und das schaut dann sehr, sehr idyllisch aus. Ich habe mir da quasi mal zwei verschiedene Uhrzeiten rausgesucht. Eher am Vormittag, wenn das Licht ganz, ganz anders gelagert ist, als am Nachmittag bzw. am frühen Abend, wenn die Sonne dann über die Kuppe hinüberwandert. Und wie gesagt, der Weg ist nicht beschwerlich, aber sehr geröllig. Man sollte also ein bisschen aufpassen, bis man oben ist. Der Wachturm selber ist ungeschützt. Man kann rein, wenn man über das zerstörte Treppenhaus hochkraxelt. Also da waren früher mal Außentreppen angebracht und die kann man jetzt nicht mehr laufen. Man muss also so ein bisschen aufpassen, vor allem wenn man innen drin ist, um auf die Spitze drauf zu kommen. Ist also schon ein bisschen Wagemut erforderlich. Aber von oben hat man einen hervorragenden Blick dann auf das Capo Ferrato, das sich hier im Osten befindet. Und in den nächsten paar Einstellungen zeige ich euch die wunderbare Sicht vom Monte Ferro auf die naheliegenden im Norden und im Süden gelegenden Strände. Viel Spaß beim Anschauen dieses Videos. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020